Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst. Vergiss nicht, um eine Quest-Übersicht zu schauen. Ich glaube, das habe ich nicht mehr... ...dichtig. Passt da. Feuer! Nein! Oh! Jetzt reicht's! Lass ihn in Ruhe! Du wirst ihn in Ruhe! Bereit? Ja! 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 Gar nicht weglaufen! Der händischen Tod! Für die Horde! Für Sparta heißt das! Für Sparta! So, Aschritt! Ja, das war ja leicht! Große Fresse nicht zu... Genau, tritt nochmal zu! Blitzerbleiter? Ich bin wirklich... ... Das ist ja... ... ... ... ich weiß ja leider nicht wie stark der kampfer sein wird hier jetzt mache ich mich zum ritter was habe ich hier drauf ich glaube es egal für 20 schaden zu okay und ich mache dafür den ritterhelm du hältst ein schild für zwei treffer wenn nur ein feind k.o schlägt okay nehmen wir wir sind ja ein redner vom fach die 20 fähigkeiten wieder und die sind gleich hier perfekt ganz ruhig ich habe ihn für dich gehauen nein ich höre nicht vorbei aber vielleicht muss aufgeben ich verarsche ist lagazaki dieses kleine pups ding dann nicht verkaufen kann ich bin ja nicht ich bin ja nicht doch Ja, das war möglich Nein, ey, Sonne Eck, ich hab du Platz schon mal für dich Scherber der Krone des dunklen Lords Angriff ignorieren musst du Scherber der Krone Weißt du, ich find's Zum einen geil, zum anderen irgendwie ein bisschen Warum fügt man zum Schluss des Spiels Wo man damit eigentlich nichts mehr machen kann fast Da haben wir so geile Items rein Das tut mir, das tut mir innerlich weh Äh, befinden angriffen Versteckt jeden angriffen Waffen für um 250 Schaden Ach, ey Und... Angriffen rüber zu 400 Rüstung Das ist ja eigentlich auch ganz nice, glaub ich, ne? Ich mach mal hier irgendwie so rein Mal gucken, ob das das bringt Oh, halt die Schnauze Ähm 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 Und jetzt Achso Ah Das reicht schon So geht das Ah ja, die Schnauze Ich... ähm Hallo? Hallo? Bin ich blind jetzt? So? 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 Ich hab's, Leute. Aus dem Weg! Ach, das geht gerade um die... Nice. Das kann jetzt auch kaputt gehen, aber wie? Ah, warte. Ah, warte, warte, warte. Vielleicht das kaputt machen, aber wie? Nagasaki. Na, aber! Ruhenschaft, unten bleiben. Was hat mir das jetzt gebracht? Das finde ich jetzt irgendwie okay. Egal. Ja, warte. So. Oh, oh. Oh, Nazi-Küse sind schon leicht. Und... Ähm... Das muss ich hier... Das muss ich hier... Ja, dann... Also, langsam wird mir langweilig hier. Hallo. Du gehst da, Craig, du verdammter Traitor! Äh... Ach, Nagasaki, warte. Los, los, los! Oh, scheiße. Ich hab zu spät gesehen. Verdammt. Du und drei Kühe. Du und was für eine Armee. Oh. Oh, okay. Alter, scheiße. 31.000 Euro! Schönen Tag. Ja, die hat die auch. Alter, scheiße. Die waren dann... Ich will zu... Oh, die Fresse jetzt. Angriff! Eins! Zwei! Er brennt. Freu dich roh! Ich mach mal kurz sammeln. Okay. Okay. Es geht nicht anders. Armee! Mit S war ich nicht... Oh Gott. Ob S war ich nicht vorbereitet. Ich hatte ARD. Oh. Die Kühe sind tot? Ehrlich? Ähm... Der Armee ist nicht mal ein Kleid. Ich will mich verarschen. Pass auf, das krieg ich auch in. Und zwar so. Okay. Ich will mich verarschen. Ich will mich verarschen. Du bist ein starker und würdiger Gegner. Aber... Ja, das freu ich nicht. Das freu ich auch nicht. Attacke! Der war auch weg. Komm. Zack. Ey, Foul mit einem Tritt. Scheiße! Aua! Da habe ich eigentlich... Schlauze voll. Schild. So, das heißt... Den kann ich dann auch erledigen. Es heißt... Ich bin echt... Ja, auf wird der Spielerei. Was macht der da? Los geht's, los geht's, los, Attacke! Er ist da heilig? Was macht der da? Was spinnst du? Lass den Scheiß! Boah, 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 verarsch mich! Boah! Meine Heilige! Eins! So, König, mein König, sie müssen sich heilen! Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Heilung! So! Nichts gebe ich, aber... Ho, Mann! Ich weiß, das war fast Sport, wie war! Ach, komm, jetzt ehrlich! Das ist ein Chineser, Junge! Pass mal auf! So! Und zwar... Hä? Geh mal hier vorne weg, Alter! Nerst! Au! 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 ich bin der beste so und dann muss ich mich wieder mal heilen oh Alter die seit quäcks doch schon bisschen mal ist doch ne harte los ja muss schon mal sagen so einer nach anderen da ich will mich am Arsch ich wollte gerade sagen der hinten ist der echte aber irgendwie ja doch nicht jetzt der ist erledigt das heißt der ist der echte und den können wir noch erledigen genau der hat ihn nicht so ich hier zurück jetzt kleid kleid heil ist schon zu spät hier hier die die kühle war das kleinste Problem wird sich schwefel ihr könnt jetzt runter lassen hier muss ich das jetzt machen hier äh die hier 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 hat Das hätten die anderen gar nicht machen können, oder was? Egal. Komm. Wir haben es fast geschafft, Leute. Hallo? Ich verstehe, dass sie hier die Snook haben! Wer hat das? Wer diese Leute zu sagen, dass sie Taco Bell sein sollen! Wir sollten es wissen. Wir sollten es wissen, dass Taco Bell ist viel zu kompassioniert und zufrieden, um zu sein zu sein. Die Qualität ihrer Charakter, wie die Qualität ihrer Essen, sollte niemals kommen zu Frage. Dad, wo ist die Frau mit der Snook? Sie haben es nicht in eine Frau. Nein. Ich erinnere mich, dass es diese große Gewerkschaften gibt, und sie mich auf die Pläne in meine Haus. Und dann habe ich mir gedacht, »Well, das ist fun, aber, ist das ein Thermonuclear-Device?« Ich hatte einen Drink, so putting ein Thermonuclear-Device auf meine Hände war nicht komplett aus der Frage. Oh, Jesus Christ, wie lange ich habe? Wir wissen nicht, Herr Slave, aber es könnte ein paar Minuten sein. Aber was sind Sie warten? Pull es aus! No! Wir können nicht einfach nur es aus! Snooks haben die Träger auf dem. Wir müssen sie aborten. From inside! Oh come on, who knows, how to do abortions , and can get really, really small. Oh nö ... Hm ... Who ... Who could possibly be able to make themselves tiny , and know something about abortion ? Hm ... Joseph, who could there be? Ich war ganz schlecht da drinnen. Ich war ganz schlecht da drinnen. Nein, das ist doch wirklich nicht. Hm, erstmal auf Facebook gucken. Hm, wer könnte das wohl sein? Ich muss raus. Was, ehrlich jetzt? Oh, komm schon. So, das war's mit diesem Let's Play. Ich werde diesen Tüten nicht in den Arsch kriegen. Och, Mann. Ja, ist gut, Mensch. Ich mach ja weiter. Ich werde es tun. Hallo. Weiter. Ich hasse das Spiel so sehr. Aufwertung verfügbar. Das ist doch... Aufsache davon drücken. Och, Mann. Ich hatte meinen Freund. Yay. Was ist, wenn ich eigentlich Nagasaki in seinem Arsch zünde? Hat das irgendwelche, ich sag mal, Nachwirkung? Was wollte ich jetzt machen? Die Fähigkeiten, genau. Hm. Das habe ich schon. Das auch. Ich hab den Schaden, die erste Stinkbombe. Stinkbombe mach ich auch noch nie eingesetzt, ne? Boah, ich glaub, ich mach ich mal bald. Halt die Schnauze. Bin schon auf dem Weg. Oh, look. Er ist all klein. Ihr schuldet mir was. Ihr Arschkrampen. Warum muss das Symbol sein? Oh, das ist so... Wir könnten gern tauschen. Was? Ich will nicht mehr. Äh, ist das hier die Bombe? Hallo? Ähm. Ich muss die Bombe entschärfen. A great adventure is waiting for you ahead. Journey onward, new kid. Or you will soon be dead. The road ahead is full of danger and fright. But push on the new kid with all of your might. Äh, nein. New kid, new kid, new kid. Close. Warum? 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 Warum immer ich? Ah, das lebt? Verarsch mich! Was ist das? Äh, äh, faszinär. Was ist das? Bakterie. Bakterie am Arsch? Äh, Bakterie im Arsch. Tschüss. Stirb. Ah, das hieß nicht, nein. Was zur Hölle machst du denn? Ah, ha, 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 ha. Ich benutze Spritze, ja, hm. Hohohohohohohohohohoho. Ich will hier raus. Ähhh. Ähhh. Ja ich hab ne Idee. Ähm und zwar. Ich brauch... Wo ist er? Da is er. Ich hätte so gefeiert, hätte ich es aus dem Arsch rausgegeben müssen, um zu wechseln. Wohl zu versuchen. Sparky! Hier, Junge! Brav, Sparky. Nein, ich will nicht. Er ist das Kerl. Okay, Kacke ist normal. Verbiss dich. Hallo. Ach, ist das denn dein Ernst jetzt? Ich will hier nicht mehr sein. Attacke! Let's just do this, alright? Jawohl! Ne, Nazi-Zombie-Bakterie. Da fand ich das Kind. Das Abtreibungskind, der der Kind hat. Das ist die Klinik noch angenehmer. Tschüss. Geschwindel! Tschüss, Sir! Mein Ohrland! Jaja, hier. Hier, ouch. Oh. Das kannst du doch nicht Feind nennen. Ich will hier raus. Ich jammer, ich jammer ja relativ selten, aber... Ich fühle mich leicht unwohl. Nein! Geil! Ich hab einen Freund gefunden. Äh. Wieso? Wieso? Ähm. Achso. Ich hab einen Freund gefunden. Ich hab ihn nicht genau sicher, was du willst. Ach, wisst ihr. Da gab's so einen Arsch vom Freund. Da war ich drinne. Und es hat einfach gefunkt. Ich hab ihn bestiegen. Und denk los. Nein, das will ich gar nicht. Das will ich noch nicht. Äh. Magasaki vielleicht. Aber sowas wollen. Tot. Geld benutzt, Sprechen und Löffel.